Hallo Leute, willkommen zur Letzperat und heute zeige ich euch, wie man ein eigenes Strohhalm schmückt mit Letzperthohalm. Hallo! Ja, hier ist unser Strohhalm. Also ich habe gelb und er auch. Ja und wir brauchen so ein paar Kugeln. Also nicht ein paar so. Ja und machen wir so, du hast die, ich habe die. Und 100% eines von denen. Eins? Ja eins und den werden wir in der Hälfte schneiden. Ja und dafür brauche ich Schere. Schere brauche ich und ich suche es auch. Und ich suche es auch. Ja und ich glaube ich habe es da drinnen. Wartet kurz bitte. Ja und ich habe es. Da ist meine Schere. Okay, wir machen es in die Hälfte. Ganz, also zu lang ist auch nicht so gut. Also klein ist gut. Also klein ist gut, ja. Ja, so viel. Und Kleber. Kleber brauchen wir 100%. Das sind die. Ich nehme ein blaues Kleber. Also so. Also unser Zuter, also Materialen sind die da. Und Schade. Schade. Also. Nimm mal die. Also nimm die mal. Und ich nehme die. Der bleibt. Also man nimmt Strohhalm. So. Also ich mache auch mit. Man verknickt das so. So. Wieso geht das nicht? Ich hole mir ein neues. Ich hole mir ein neues. Ein neues. Und der wird. Also. Grün. Der geht auch nicht. Auch ein neues. Der geht auch nicht. Auch ein neues. Der geht auch nicht. Der geht auch nicht. Auch grün. Also man macht so. Ja geht. So geht das. Und danach den da. Mit Kleber. Klebe ich das da. 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 Ja nimm. Und kleben. Da da. Und das da. Warte. Ich brauche auch die Kleber. Da da. So. Oh. Das klebt nicht. Okay so. Einmal. Und danach. Oh Mensch. Egal. Mach ich so. Mensch. Die fallen runter. Einmal so. Kleber. Gut. So einmal. Und meins sieht so aus. Ja. Mensch. Wieso geht das nicht? Also wir haben einen schlechten. Kleber. Wir haben Uro Stick. Uro Flüschig. Uro Flüschig. Aber egal. Gut. Mensch. Das stört schon. okay worte hier wird es geschafft ich bin noch ein amateur ja leute und danach klebe ich mal das so fest mach mal so ein okay noch so hier hast du auch so gemacht ach so deswegen bis jetzt das ist nur so gemacht da funktioniert es ähnlich ja okay leute und danach macht mal so und dann schiebt es aus ja so weiter unten und wenn ihr trinkt habt ihr einfach spaß und wenn ihr wollt könnt ihr auch durch augen kleben diese augen aber kleben nicht doch der klebt ja und noch einen kleinen und unser monster und beim trinken habt ihr spaß ja und leute tschüss und abonnieren abonnieren ja und let's batuan auch tschüss